Hey Leute, heute zeige ich euch mal ein paar Leaks, die von Epic Games so bestätigt wurden. Und zwar, wie ihr im Titel auch schon erkennen könnt, und zwar wird das Skull Trooper Skin wieder released werden und es wird wieder ein Halloween sein. Zuletzt war er ja beim letzten Halloween 2017 quasi im Shop für 1200 V-Bucks, was dieses Mal wahrscheinlich nicht so sein wird. Und zwar wird er wahrscheinlich für 1500 V-Bucks sein, weil normalerweise epische Skins sind ja 1500 V-Bucks. So, und wir auf diesem Kanal werden jetzt ein paar mehr Infovideos bringen und auch Anleitungsvideos, zum Beispiel über die Schatzkarten wie gestern, über Greasy Grove. Und, ähm, ja, das versuchen wir jetzt jede Woche zu bringen. Und, ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann würde ich mich selber liken, auch einen Kommentar freuen. Ähm, ja, ich werde vielleicht auch mal Videos, Kommentare vorlesen und die werden dann auch eingeblendet und so weiter. Ähm, ja, des Weiteren wird auch morgen der Blitz-Showdown-Modus enden. Ja, am 4.6.2018 wird der Showdown-Modus enden, weil, äh, ja, wenn man da jetzt genug Zeit gehabt hat, um 50 Matches zu spielen, man konnte bis zu 20.000 V-Bucks gewinnen und Kills und, äh, Platzierungen wurden belohnt. Platzierungen mehr als Kills, aber trotzdem wird, äh, auch die Platzierung belohnt. Äh, äh, die Kills belohnt. Nicht so wie beim letzten Mal, da wurde nämlich nur die Platzierung belohnt, sag ich jetzt mal. So, und wir haben halt von Epic Games den Leak bekommen, dass das alles so passieren wird. Und, ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Liken, Abonkontar freuen. Bis dahin, haut rein und ciao. Tschüss.